Hi Alex von TechSum hier. Das Samsung Galaxy S20 FE war meiner Meinung nach das beste Samsung Handy im letzten Jahr und ein großer Erfolg für Samsung. Nachdem ich in den letzten Videos bereits über das Samsung Galaxy S22 und S22 Ultra gesprochen habe, möchte ich mich heute dem Galaxy S21 FE widmen. Wie das Smartphone aussehen wird, was es besonders macht und wann es erscheinen wird, erfährst du in diesem Video. Let's go! Bevor es mit dem Video losgeht, habe ich aber noch eine Ankündigung zu machen. Zum Black Friday gab es das S20 FE sehr günstig im Angebot und ich habe mir auch eins gesichert, welches ich, sobald ich es habe, auf diesem Kanal verlosen werde. Wenn du Altreifensammler also ein brandneues Galaxy S20 FE gewinnen willst und meinen Test zum S20 FE nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video online geht. Starten wir mit dem Design des neuen Galaxy S21 FE und da erkennen wir anhand dieser Renderbilder, dass sich die Optik sehr stark am aktuellen Galaxy S21 Design orientieren wird. Es gab schon einige Leaks, die das Handy in freier Wildbahn gezeigt haben, die genauso aussahen. Selbst Samsung hat das Design unabsichtlicherweise schon auf der Webseite geleakt, weswegen man ziemlich sicher sein kann, dass das S21 FE auch wirklich so aussehen wird. Das heißt, die Rückseite wird wieder aus Kunststoff bestehen und die Triple-Kamera organisch vom Rahmen in die Rückseite integrieren. Mir gefällt das S21 Design auch heute noch, deswegen freut es mich, dass die Fan Edition nun eine ähnliche Aufmachung bekommen soll. Typisch für die F-Edition soll diesmal wieder eine bunte Farbauswahl werden. Freuen können wir uns auf Grau, Weiß, Lila, Grün und eventuell noch Navy-Blau. Letzteres könnte allerdings eine limitierte Farbe werden, das ist noch nicht ganz sicher. Hier unterscheidet sich das S21 FE vom S21, welches ein Two-Tone Design hatte, bei dem der Rahmen meist eine andere Farbe hatte als die Rückseite. Jetzt wird alles einheitlich bunt, das gefällt mir sehr gut. Die Vorderseite wird dem S21 ebenfalls sehr ähnlich sein. Verbaut werden soll ein 120Hz AMOLED Display mit 6,4 Zoll Diagonale. Die Displaygröße ist dann tatsächlich einer der größten Unterschiede. Mit 6,4 Zoll ist man genau zwischen dem S21 und S21 Plus, welche 6,2 und 6,7 Zoll groß sind. Ich erachte 6,4 Zoll als die perfekte Smartphone Größe und freue mich, dass Samsung diese gewählt hat. Das Display wird ebenfalls wieder flach sein und keine Edge haben, das finde ich auch toll. Oben in der Mitte wird eine Punchhole Kamera verbaut sein, was dem Handy von der Vorderseite einen modernen Look gibt. Insgesamt ist die Designsprache stark am Galaxy S21 orientiert, was mir persönlich sehr gut gefällt. Kommen wir nun zu den Specs und da wird es interessant. Beim Prozessor wird man wieder auf zwei Hersteller zurückgreifen, zum einen Qualcomm mit dem Snapdragon 888 und zum anderen wird der hauseigene Exynos 2100 zum Einsatz kommen. Welcher Prozessor für welche Region verbaut werden wird, ist allerdings noch unklar. Hierzu gibt es bisher keine genauen Leaks. Hoffen wir aber mal, dass wir in Deutschland auch den Snapdragon kaufen können, denn der Schnappdrache ist dem Exynos leistungs- und effizienztechnisch überlegen. Der Exynos 2100 war mein größter Kritikpunkt am Galaxy S21. Man hat einfach gemerkt, dass Samsung den Chip nicht perfekt optimieren konnte und vor allem der Akku darunter gelitten hat. Mit dem Schnappdrache 888 war das wie in den vergangenen Jahren anders. Er hat etwas mehr Leistung und ist dabei energieeffizienter. Der Akku soll im Vergleich zum Vorgänger kleiner werden und diesmal 4.370 mAh fassen. Trotz der kleineren Kapazität soll er aber problemlos einen Tag lang halten. Ich denke mit dem kleineren Display ist es auch durchaus möglich. Geladen werden soll das S21 FE mit einem 25 Watt Netzstecker, der wie in der S21 Serie nicht in der Verpackung liegen soll. In meinen Augen ist das ein riesen Fail, wenn es so kommt. Für ein Smartphone der Oberklasse sollte der Netzstecker auf jeden Fall im Lieferumfang enthalten sein. Dafür soll das Handy auch kabellos geladen werden können. Als Software hatte ich eigentlich gedacht, dass One UI 4 mit Android 12 out of the box installiert ist. Dies soll aber erst bei der Galaxy S22 Serie, welche im Februar erscheinen soll, der Fall sein. Das heißt, dass das S21 FE noch mit One UI 3.1 und Android 11 erscheinen soll. Wenn das wirklich so kommt, dann ist es in meinen Augen absolut unverständlich und nicht nachvollziehbar. Hoffen wir, dass diese Informationen nicht wahr werden, denn wenn ich schon ein neues Handy kaufe, dann möchte ich natürlich auch bitte die neueste Softwareversion drauf haben. Falls es wirklich so kommt, wird das One UI 4 Android 12 Update aber nicht lange auf sich warten lassen. Große OS Updates soll es drei Jahre geben, Sicherheitsupdates sollen vier Jahre angeboten werden. So wie es mit der S21 Serie eingeführt wurde. Das ist immerhin vorbildlich. Zur neuen One UI 4.0 Oberfläche auf dem Galaxy S21 habe ich übrigens schon ein Vorstellungsvideo gemacht. Wenn dich das interessiert, dann findest du die Videos in der Beschreibung. Was dem Galaxy S21 ebenfalls fehlen wird, ist eine Speichererweiterung. Ja, richtig gehört. Wie bei der S21 Serie wird Samsung die Micro SD Karten Erweiterung streichen. Leute, die also gerne unkompliziert Daten zwischen ihrem Handy und Computer austauschen, sollten sich nun vorher überlegen, welche Speichervariante sie kaufen möchten. Eine 128 GB Version mit 6 GB RAM oder eine 256 GB Version mit 8 GB RAM werden zur Verfügung stehen. Kommen wir nun endlich zur Kamera und da wird's wild. Verbaut werden soll angeblich eine Triple Kamera mit einer 12 Megapixel Ultraweitwinkel, einer 32 Megapixel Weitwinkellinse und einer 8 Megapixel dreifach optischen Zoom-Kamera. Von der Qualität soll sie etwas schlechter werden als die im S21. Was man mit einer 32 Megapixel Weitwinkellinse will, weiß ich nicht, aber es klingt auf dem Papier auf jeden Fall nach einem Downgrade. Ich denke, hier sollte man vorsichtig sein, was die Daten angeht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das alte Kamerasetup aus dem S20 FE komplett recycelt wird. Spannend wird's auch bei der Selfie-Kamera. Im letzten Jahr wurde noch ein riesiger 32 Megapixel Sensor verbaut. Diesmal könnte man aber auf einen 12 Megapixel Sensor setzen. Die Fotos sollen aber trotzdem besser werden, da der Sensor größer und eventuell eine größere Blende verbaut bekommen würde. Kommen wir noch zum Schluss zu den Preisen und der Verfügbarkeit. Das Galaxy S21 FE wurde aus diversen Gründen etliche Male verschoben. Nun soll es aber am 11. Januar endlich vorgestellt werden. Damit will man es gut einen Monat vor Release der S22-Jährige veröffentlichen. Ob das noch ein guter Zeitpunkt ist, wage ich zu bezweifeln. Dafür will man wieder mit dem Preis viele Kunden ansprechen. Genaue Angaben gibt es hierzu zwar noch nicht, angeblich soll der Preis aber wie beim S20 FE 4G-Modell sein, sprich bei 650 Euro. Dieses Mal wird es aber wohl kein 4G-Modell geben, alle Versionen sind 5G-fähig. Wenn man das mit den Preisen vom letzten Jahr vergleicht, wäre das S21 FE damit 100 Euro günstiger. Das ist auf jeden Fall erfreulich. Fazit. Und das waren bisher alle Informationen, die es zum Galaxy S21 FE gibt. Insgesamt hört sich das S21 FE in meinen Augen nicht mehr ganz nach Fan Edition an. Zum einen verzichtet man auf einen Netzstecker und den MicroSD-Kartenschacht, zum anderen soll wieder ein Exynos SOC verbaut werden. Dabei sind doch genau das die Features, die die Fans nicht haben wollen. Das S20 FE war so ein großer Erfolg, da man im Gegensatz zur S20 Reihe einige Dinge verbessert und dabei den Preis gedrückt hat. Nach den jetzigen Leaks finde ich, macht das Galaxy S21 FE eher den Eindruck einer halben Fan Edition. Wie dem auch sei, in einem Monat werden wir sehen, wie das Smartphone wirklich ist. Ich werde mir das Handy auf jeden Fall holen und bin schon sehr gespannt drauf. Was denkst du zu den Leaks über das Galaxy S21 FE? Wirst du es dir holen? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen. Falls du mein Video Review zum Galaxy S21 FE nicht verpassen willst und auch benachrichtigt werden möchtest, wenn mein Gewinnspiel für das S20 FE startet, dann sei ein Feini und abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal. Folg mir auch auf Instagram für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links sind in der Beschreibung. Jetzt kannst du dir hier links noch mein Video zur Galaxy S22 Serie angucken oder klicke hier rechts für mein Galaxy S22 Ultra Video. Das ist auch sehr spannend. Na los, klick drauf. Es lohnt sich.